Unsere Welt Sehst du plötzlich auf die Sonnenseiten? Sieh die Welt mit eignen Augen Sieh die Welt mit scharfem Blick 4K, das ist nicht alles Snapchat-Filter gibt es nicht Werbewanderer überall Davon kriegst du echt nen Knall Leute, die verkaufen sich Werben mit ihrem Gesicht für Scheiße Sieh die Welt mit eignen Augen Sieh die Welt mit scharfem Blick 4K, das ist nicht alles Snapchat-Filter gibt es nicht Sei doch bitte so vernünftig Hör auf mit diesem Quatsch Sieh die Welt mit eignen Augen Sieh die Welt mit scharfem Blick 4K, das ist nicht alles Snapchat-Filter gibt es nicht Sieh die Welt mit eignen Augen Sieh die Welt mit scharfem Blick 4K, das ist nicht alles Jeh die Welt mit eignen Augen ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020